Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Game Roll Video heute Abend, Samstag oder Sonntag oder Montag, mal sehen wann das Video hier hochkommt. Und ich skype heute auch gerade mit zwei Leuten, zum ersten Mal dem ersten Zuschauer, der heute mal nicht zuschaut, sondern nur zuhört. Guten Tag. Guten Tag. Und natürlich den Account-Besitzer. Servus. Hallo. Und wir rollen heute 18.000 Games und alles wird geopfert für den wunderschönen PD auf Level 115. Hat auch 4 von 5 verquicken. Sehr, sehr geil. Und ich würde mal sagen, ihr habt wahrscheinlich sehr viele von euch auch den letzten Game Roll gesehen. Man darf sich jetzt nicht so viel davon erhoffen, der war richtig geil. Ich bin richtig ausgerastet. Aber mal schauen, was heute rauskommt. Und wir haben einen Triton. Jetzt haben wir einen Zyklop. Was haben wir denn hier? Oh, ein Babyschleim. Ein Babyschleim ist am Start. Und ein Engel. Soll ich dir den Engel aufheben? Ich meine, du sammelst jetzt so gerne Engel. Nein, ich bin richtig ausgerastet. Der hat hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Engel. Ja. Aber gut, die pushen auf jeden Fall schön die Wacht. Und dann kommt hier alles natürlich in den wunderschönen PD rein. Ich würde sagen, legendäre Heben hier auf. Und egal, welcher es ist, oder? Ja. Okay. So, dann schau mir hier mal. Hier kommt ein Babyschleim raus. Ein Papyschleim. Der hat auf jeden Fall sein Baby gesucht. Dann haben wir hier eine Triade. Oh, wir haben... Na, ratet mal, was haben wir hier? Ähm, sexy Rassassine. Richtig, wir haben hier eine sexy Rassassine. Und wir haben einen Babyschleim. Was haben wir noch einen Babyschleim? Das sind Zwillinge. Und ein Schlängelchen. Einen Zyklop. Einen Eisdämon. Einen Schau... Ahne. Einen Henker. Und noch ein Babyschleim. So, jetzt wird erstmal hier alles schön geopfert. Wunderbar, alles weg. Zack, 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 zack. Und... Scheiße! Ich bin gerade Paladin rausgekommen. Schade, schade, schade. Aber ich sehe gerade, du hast sogar kein Paladin. Aber gut, du hast Atlantik vor. Ja, genau. Juju. Dann geht's jetzt mal weiter. Wir haben eine Triade. Noch ein Papa-Champion. Papa-Champion. Ein Papa-Schleim. Eine Hackfresse. Wunderbar. Ein übergewichtiger Pinder. Und ein Kristallschlamm. So, dann opfer ich jetzt hier erstmal wieder alles wunderschön in den lustigen PD rein. Und es geht gleich weiter. Und es kommt raus eine Frostsechse. Und ein Henker. Was haben wir denn hier? Oh, ein Papa-Schleim. Ein Kristallschlamm. Noch ein Kristallschlamm. Eine sexy Assessine. Und ein Eisdemon. So, und natürlich wird hier gleich wieder alles geopfert. Und wir nähern uns weiter dem Zelebrieren 6 von 9. Wir sind bei 14.000 Games. Also, wir haben auf jeden Fall noch viel übrig. Aber irgendwie habe ich in der letzten Zeit auch das Gefühl... WAAAH! Was? Was ist? Wir haben einen wunderschönen Eros. Ja! Wie eben? Ja, Gott! Wir haben einen wunderschönen Eros. Geiler! Endlich! Der Rott ist sehr gut. Ja. Oh Gott. Ein 2 von 5 schwerer Schlag hat er drauf. Oh, wie geil ist das denn? Oh, ja geil, endlich! Ich fange gleich schon wieder an zu heulen. Okay, wir haben einen Kristallschlamm. Noch einen Kristallschlamm. Und jetzt opfern wir erstmal natürlich hier den Eros. Nee, Quatsch. Und das kommt raus! Ein Druide! Oh, mein Herz, ey! Ein Druide? 3 von 5 Klinghelle. Okay, gut. Damit kann man nichts anfangen. Eine Hackfresse! Was haben wir hier? Noch ein Engel. Aber den willst du ja nicht aufheben. Wobei er eigentlich gut zu deiner Sammlung passen würde. Eine sexy Assessine haben wir hier. Und was haben wir hier? Ein Babyschleim und ein Schlängelinchen. Oh mein Gott, ein Eros. Ich sehe schon. Du wirst mich auf jeden Fall irgendwann mal in der Arena einholen. Und wir haben hier ein Plattgesicht. Wir haben eine sexy Assessine. Und wir haben eine Hackfresse. Wir haben ein Babyschleim. Wir haben noch eine sexy Assessine. Und ein Snowcela! Ja, geil! Das ist Snowcela! Alter, geil! Eins von fünf Flammenwache. Sehr, sehr geil. 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 Oh mein Gott. Also in der letzten Zeit, da macht mir Rollen einfach immer noch mehr Spaß. Natürlich macht es mir auch so Spaß. Aber wenn noch was rauskommt, dann macht das noch doppelt Spaß. Und wir haben ein Plattgesicht. Wieder mal eine sexy Assessine. Die gibt es aber auch überall noch ein Plattgesicht. Der Tritonier. Ein Babyschleim. Noch ein Plattgesicht. Was wollen die alle hier? Da ist ja nicht mehr auszuhalten. Und ein Engel. Und wir nähern uns immer weiter dem Zelebrieren. Aber es wird wirklich knapp mit Zelebrieren. Das ist wirklich die größte Aufgabe. Der Aerosund, den können wir jetzt mal aus dem Weg schieben. Ja. Das ist wirklich... Und wir haben ein Eisimmon. Ein übergewichtiger Pinder. Ein Tritonier. Ein Babyschleim. Ein Triton. Ein Babyschleim. Und ein Zyklop. Und es geht weiter. Wir sind bei 8000 Games angekommen. Und es ist immer noch alles offen. Ich merke, wie der Schweiß bei euch runterläuft. Ja, so Herzflop. Und wir haben einen Henker. Wir haben noch einen Henker. Und wir haben einen Papaschleim. Einen Henker. Einen Henker. Und einen Babyschleim. Und natürlich wird hier gleich wieder alles zickzack geopfert. Ja. So. Und hier einen Henker. Und ich glaube, wir rollen jetzt einmal 450. Oder darfst du jetzt mal auswählen? Willst du einmal 450? Sieben mal 350. Nee, gibt's ja gar nicht. Gib mir eine Anzeige. Ähm. 150. 150. Und es kommt raus. Oh mein Gott. Ein Henker. Und ich habe es doch mal gewagt. Einmal 450 zu Ronis. Und es sind die Schlangenkönigin, Zwillinge rausgekommen. Und ein Eisdämon. Aber ich glaube, damit haben wir ein Zelebrieren. Auf. Noch nicht 6 von 9 gebracht. Schade, 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 schade. Und wieder ein Tritonier. Warte, haben wir hier einen Eisdämon. Eine sexy Assassine. Warte, haben wir hier einen Henker. Und einen. Ja, das sage ich euch jetzt. Oh, er hat 1 von 5 Selbstverstehung. Oh, wunderbar. Sehr geil. Sehr geil. Ey, jetzt habe ich Bock auf euch ein bisschen hier. Oh nein. Noch mal. Okay, dann opfern wir hier jetzt erstmal die restlichen. Ach. Du hast ihn noch nicht. Nee, du hast ihn noch nicht. Oh, wie geil ist das denn? Hehehehe. Okay, wir haben zweimal Babyschleim. Eine Hackfresse. Ein Eisdämon. Einen Henker. Ein Babyschleim. Oh Mann. Eins und fünf schwerer Schlag hat er und ich glaube, du bist der glücklichste Mensch des Tages nach diesem Roll. Schlitter? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich sage es dir nicht, es geht weiter, es geht weiter. Und wir haben ein Blattgesicht. Eine Hackfresse. Was haben wir hier? Wir haben ein Babyschleim. Oh Mann. Wir sind wirklich was. Oh fuck, Alter. Ich glaube, ich habe es heute noch alle Helden zu rollen, die es gibt. Scheiße. Ich bin gerade so glücklich, ne? Scheiße. Welcher Backstelle auch? Okay, ein Schlängelinchen. Wir haben ja eine Hackfresse, ein Eisdämon, ein Babyschleim. Ich schaffe es nicht mal hier. Und jetzt zu zittern, weiterzuholen. Einen Henker, was haben wir hier? Einen Binder, eine sexy Assessine. Noch ein Binder, eine Hackfresse und eine sexy Assessine. Und damit ist jetzt auch Zelebrieren auf 6 von 9. Nein, immer noch nicht. Ich bin noch ein, zwei Helden. Okay, wir sind bei zwei. Ja, gerne. Am Ende brauchst du keine 300 übrig lassen. Ich kriege die Quest eigentlich nie. Ja, okay. Dann haben wir hier ein Kristallschleim. Einen übergewichtigen Pinder. Ein Schlängelinchen. Längelinchen, was er mir... Oh, ein Scharfschützen. Die hatten wir heute noch gar nicht. Und wir opfern wieder alles. Es geht hier... 6 von 9 zelebrieren. Wunderbar. Ich würde mal sagen, du weißt ja, den Eros genau. Eros oder wenn du Schnitter hast, auch einen Schnitter. Ja. Okay, es geht weiter. Wir haben eine Hackfresse, wir haben ein Plattgesicht, wir haben ein Babyschleim, wir haben noch ein Plattgesicht, wir haben ein Zyklop und wir haben einen Kristallschleim. Und einen Henker, die letzten 1000 Games sind übrig. Und jetzt hätte ich es fast hier in den PD-Rank opfert. Nein, natürlich hier in den wunderschönen Eros rein schauen. Zack, zack, zack. Bringen wir den jetzt auf 2 von 9. Kommen noch 2, 3 Helden. Dann ist er auf 2 von 9. So, Eros ist auf 2 von 9. Und es geht weiter. Und ein Schlängelinchen ist rausgekommen. Ein Schlängelinchen. Ein Schlängelinchen. Ein Engel für deine Sammlung. Ein Henker. Wir haben ein Zyklop. Die letzten zwei Rolls. Gib mir für den letzten Roll dein Go. Go. Und es ist rausgekommen. Ein Schlängelinchen. Und ich werde, du bist jetzt 100%ig aufgeregt. Ja, sehr. Die ganze Zeit seit dem Eros bin ich aufgeregt. Also wie gesagt, wir hatten den Eros. Wir hatten einen Paladin. Das weißt du ja schon. Wir hatten einen Troiden. Das weiß auch schon. Wir hatten noch einen Troiden. Keine Ahnung, ob ich das gesagt habe. Und jetzt, natürlich, du hast das wahrscheinlich schon erwartet. Du hast es dir gewünscht. Es ist da ein wunderbarer Schnitzer. Ja, ja. Ich brauch dafür nicht mehr sparen. Okay, ich hab schon aufgegeben. Okay, warte. Okay, du brauchst auch, für wen du noch nicht sparen musst. Es ist ein hyperaktives Kind im Spiel. Ja, echt, ja. Den wollte ich früher immer so gerne haben. Und dann haben wir noch zwei Helden, für die du niemals sparen könntest. Denn es ist einmal ein wunderbarer Schneemann. Oh ja. Und ich sag dir, in den Wellen wirst du jetzt sowas von abgehen. Ich weiß, wen du... Ich glaub, du weißt schon, wer es ist. Ähm. Oh. Ja. Wladimir. Oh. Ja. Oh Gott. Alter, danke. Oh ja, geil. Geil. Ich kann das so oft sagen, ne? Alter. Oh mein Gott. Das war jetzt schon wieder so ein mega geiler Grimball. Oh, immer. Ich lass immer von dir rollen, ne? Immer von dir nur noch. Ja, Leute, wenn ihr auch so Glücksgefühle haben wollt, dann könnt ihr gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, dass ich für euch rollen darf. Ich bin Rollsüchtig und ihr wisst ja, Glücksspieler können sich süchtig machen. Infos bei mir. Ich entnehme euch gerne die Sucht und nehme den... Die... Wie nennen wir es? Die Verantwortung auf mich und rolle sehr gerne für euch. Ich bedanke mich auch bei meinem allerersten Zuschauer. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei dem Accountbesitzer. Wobei ich jetzt nicht weiß, wer bei wem mehr danken kann, aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, bei deinem Vertrauen. Es hat ja auf jeden Fall was genutzt. Und dann würde ich mal sagen, dann hören wir uns morgen wieder. See you later. Alligator. Ciao.